Wie schaffst du es, dass der Kunde, obwohl deine Lieferzeiten vielleicht manchmal etwas höher sind als geplant, trotzdem zufrieden ist und wie schaffst du es generell, deine Lieferzeiten zu reduzieren und damit Lieferengpässe zu vermeiden, die sich negativ auf die Kunden zufrieden hat auswirken. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, erstmal herzlich willkommen hier. Mein Name ist Alex und ich habe den Marvin heute dabei. Und ja, wir wollen uns mal gemeinsam das Thema Lieferengpässe anschauen. Wir haben konkret drei Tipps für dich, die du machen kannst, um Lieferengpässe vorzubeugen, um Lieferengpässe zu vermeiden, um einfach immer gut verfügbares Material zu haben. Die erste Sache, psychologische Geschichte, das hat jetzt nichts mit der tatsächlichen Lieferzeit zu tun, aber mit der Kundenzufriedenheit hängt das sehr stark zusammen, ist, dass viele Betriebe den Kunden nicht hinreichend kommunizieren, wie lange es dauert. Die sagen das dann irgendwann zwischendurch mal, aber das reicht oftmals nicht aus. Die absolute Bedingung, dass überhaupt das Ganze funktionieren kann, ist, dass ihr am Anfang den Kunden sagt, hey, lieber Kunde, Lieferzeit bei uns sind zwischen sechs und zehn Wochen. Kann auch mal in Einzelfällen länger dauern. Normal verliegen wir bei sechs bis zehn Wochen und das gibst du ihm nochmal schriftlich. Warum gibst du ihm das schriftlich? Weil Kunden neigen dazu, nicht immer richtig zuzuhören. Verstehen manchmal, was falsch geht, wie uns ja genauso. Haben manchmal vielleicht den Kopf gerade woanders, verstehen, was sie verstehen möchten. Die verstehen nur die sechs Wochen und die zehn Wochen sind einfach mental raus. Ja, sechs Wochen hat er doch gesagt und nach acht Wochen ist er nicht da und sofort steht er auf der Tür bei dir oder auf dem Hof. Und das willst du ja möglichst vermeiden. Bedeutet, schau, dass du von Anfang an dem Kunden das glasklar kommunizierst und mach da auch Kommunikationsguidelines in deinem Unternehmen, also Richtlinien, dass deine Mitarbeiter es genauso kommunizieren. Und wenn sie dem Kunden das sagen, sie es ihm auch in irgendeiner Weise dann noch schriftlich geben. Oder es zumindest ihm einmal schriftlich gegeben wurde, das reicht aus. Ja, das ist noch irgendwie auf einer Checklist oder so. Genau. Das ist immer, so Lieferzeiten wurden kommuniziert. Genau, genau. Und das einfach nachweisbar ist. Du sagst, hier, guck mal, habe ich es auch schwarz auf weiß gegeben? Ja, stimmt, haben sie recht. Erster Punkt. Das bringt natürlich jetzt für den Kunden noch keinen größeren Mehrwert, aber es sorgt dafür, dass schon mal viele Streitgespräche vermieden werden und es einfach entspannt bleibt. Zweite Sache. Hol dir einfach andere Lieferanten mal. Guck mal, was gibt es noch für Lieferanten, was für Möglichkeiten habe ich? Manche schaffen Lieferzeiten von drei, vier Wochen, gerade deutsche Lieferanten. Andere brauchen drei, vier Monate, wenn es im Ausland liegt. Und das ist dann natürlich so eine Sache, wo man sagt, okay, gleich, ich zahle für den Deutschen ein bisschen mehr. Aber vielleicht gibt es den Kunden, der sagt, ich möchte das Ganze schnell haben dann den Deutschen Lieferanten. Diese Option sollte da sein. Also du solltest immer einen Lieferanten haben, der sehr schnell liefern kann, auch wenn er vielleicht mal 20 Prozent teurer ist. Diese Möglichkeit sollte es auf jeden Fall geben. Auch wenn es 30 oder 40 Prozent sind. Es wird Kunden geben, denen es das wert ist, die sagen, ich hätte es jetzt gar schon. Also diese Option sollte immer offen sein. Schau, dass du ein paar Lieferanten an der Hand hast. Auch dem Abhängigkeit einfach, dass du nicht so abhängig bist. Und dann ist das an sich auch kein großes Thema. Und die dritte Sache, das ist, ja, habe ich es von ein, zwei Partnern bisher gehört, aber es machen die wenigsten leider. Es gibt ja auch genug, die Lieferanten haben, die in einer näheren Umgebung sind, ich sage mal 100, 200 Kilometer entfernt. Und wenn du wirklich einen wichtigen Kunden hast und sagst, okay, bei dem Kunden ist was schiefgelaufen oder das ist ein sehr wichtiger Kunde, der möchte es aber auch sehr schnell haben, dann fahr doch selber mal hin und holt die Sachen ab. Wir haben Partner, die holen wirklich die Sachen selber ab. Das ist Aufwand, ja, da fahre ich für einen Kunden mal einen halben Tag, das mag sein. Aber wenn der Kunde dann halt auch bereit ist, 20, 30 Prozent mehr zu bezahlen, weil ich es schneller mache oder mir schon fünf Empfehlungen gegeben hat oder sonst was schieflaufen würde und sonst schlecht über mich reden würde, dann nehme ich den halben Tag mal in Kauf. Also auch mal zu den Lieferanten zu fahren, die Sachen selber schnell abzuholen, kann auch mal eine Option sein, nutzen die wenigsten tatsächlich. Die meisten machen das zwar bei ihren Verbrauchsmaterialien, wie Schrauben und sowas, aber die machen das nicht bei dem Thema wirkliches Verbrauchsmaterial. Genau, soviel dazu. Ich denke, da waren jetzt einige Sachen dabei, die du direkt umsetzen kannst. Wie gesagt, kommunizieren, Punkt eins, Punkt zwei, verschiedene Lieferanten, Punkt drei, fahr auch mal selber raus. Wenn du was für dich dabei war, gib natürlich den Daumen nach oben. Wenn nicht, dann gib trotzdem den Daumen nach oben, weil beim nächsten Video wird sicher was dabei sein. Lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.